recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist as reiter und wir sind heute wieder auf einem vorgestellt unterwegs und zwar size matters vorschau nummer drei und wir sind in einer einstellung anfangs höhe habe ich jetzt 175 todes höhe sind zehn zentimeter also 0,10 meter den rest habe ich hier gelassen dann nächsten schritt habe ich hier was geändert nein und dann hat man hier noch was und da habe ich glaube auch nichts geändert oder hatte mal ich glaube auf seite 1 habe ich noch was genau hier die komplette schrumpfzeit habe ich auf 45 minuten gesetzt ich weiß nicht wie wir das letzte mal hatten ist schon zu lange her so und dann haben wir hier noch ein büro was wir letztes macht man das schon oder das wir nehmen mal das jetzt oder okay dann würde ich sagen wir sehen uns nach der intro geschichte bis gleich so hier seht ihr es nochmal höhe und zeit das war geändert und dann gehen wir auf spielen ja schauen wir mal wieso los geht ne lebt erst mal ist klar und da sind wir drinnen mal gucken und in einem wohnzimmer oder was okay aber nicht können wir das mal mitnehmen ja super aber nicht und hier unten haben wir schon alles bestens ne aber nicht bloß wasser ergibt das wasser da in der küche dann sehen wir mal zu dass wir wasser kriegen hier bleibt wieder wasser holt alter ein wasser hier also das müssen wir müssen gut dass es nicht zerbricht nach michael friedrich hatte mir das geschrieben wenn ich das mit zerbrechen spiele dann war es das sozusagen genau so ist es so jetzt muss ich das grüne zoll noch haben oder und schnell dahin können wir das mal jetzt hier drauf tun so und jetzt geht nicht zwei zutaten hinzu um sie zu verarbeiten hier macht ja ja und diese hocker jener wir schon sagt also erst mal hier gucken dass es passiert ja ich hab zwei zusagen ach wahrscheinlich ist das hier nicht richtig ja das war eine tasse ja es ist immer mal sehr schön wie es hier so klappt heute so jetzt läuft es endlich gut das hatten wir jetzt haben wir hier noch was wieder wasser schlüssel 3 ergibt das da oben steht noch was naja da ist der automat da ist keine flüssigkeit dran okay ich weiß nicht wie es heißt da ist nix da ist auch nix da ist auch nix das hatten wir schon jetzt haben wir hier das ictium oh das ist ein Dörtchen das kann ich hier essen ich will immer f-tasten nicht drücken f-tasten nicht drücken ich will immer das andere machen und sag schon ja da steht schon mal dran noch so ein anderes zeug was ich nicht kenne ok da haben wir noch ein letzter ich will sehen ob da was drinnen ist da ist auch noch was drinnen da ist auch noch was drinnen da ist auch noch was drinnen talismanium aber ich habe schon gefunden ok da ist noch einer oh guck mal die tasse ist kaputt gegangen die tränke zum glück nicht hier ist auch noch was hier ist auch noch was talismanium ich glaube wir werden schon langsam kleiner was waren da so draufstehend da ist keins von dabei flugskompensator hier steht noch am tisch votarium hier sind noch klamotten sagt mir nix was das saronite wie saronite schon nein in der mikrowelle steht bestimmt nix drin da oben ist noch einer also alle zutaten von großartig ok umbrellium so was muss ich jetzt herstellen da ist nix bei umbrellium und xerzene umbrellium und xerzene und xerzene muss ich erst herstellen wahrscheinlich da auch nicht auch nicht habe ja netter und wasser ich glaube das habe ich schon gemacht oder schmeißt es mal hier auf der erde ja das ist erledigt warte da drüben liegt noch einer flumox habe ich auch noch nicht das eine fehlt mir jetzt hier noch xerzene ok das haben wir xythiatium ist das ding 3458 wo steht der automat das ist er nicht da hinten ist er ist er wohl noch nicht da drauf ne muss ich das erstmal einschalten oder was oder oder ich meine put ein ja will ich ja machen und nicht das 3458 und jetzt geht es mit er auch gut schon zu lange nicht mehr gespielt xerzene glaube das muss da drauf ne ist ja xerzene und umbrellium läuft da gibt es ja routine schmeißt den weg den haben wir den haben wir auch genauer werde so was wird das hier so und die das muss in der mikrowelle jetzt glaube das war das was nicht war das ist da rausgekommen oder komm stelle das hier hin das muss in der mikrowelle ja das ergibt dann schlüssel 1 schlüssel 1 kriegen wir dann das ist dann schlüssel 1 kann weg haben wir erledigt mucvumpium allerium mucvumpium muss hier oben also hin schlüssel 3 schlüssel 2 mir fehlt noch eine anleitung wo haben wir die denn noch da ist nix da ist nix schlüssel 1 war erfolgreich das muss jetzt auf dem esstisch schlüssel 1 haben wir haben wir allerdings noch eine anleitung nicht da hinten liegt noch eine oder die lotex und für berthium die lotex für berthium oder wenig habe ich noch nicht super vergonium aber auch noch nicht ja hier habe ich schon geguckt hier ist nichts entschränken habe ich schon geguckt oder da hinten liegt noch eine lektium talismanium da sind zwei die ich brauche und talismanium und los geht die reise das war das gibt viel fliegt wäre die um die werte um und okay dann haben wir schon das nächste brauche noch 70 prozent 72 ok komm schon 800 gut das musste auch noch ein das ist mir der hocker umgefallen da super ich glaube dafür braucht die wasser argonium wasser das bedeutet ich brauche hier wasser ok argonium und wasser oder das wird schon runtergeschmissen das gibt schlüssel 3 gut so was aber hier stehen lehrerium fehlt mir noch was lehrerium ist das hier 2 1468 war das 1468 ja schlüssel 3 ist fertig so ich glaube die sind schon erledigt flumox da lag nichts drauf die lehrerium fehlt mir noch und nur diese zwei sachen hier noch ein rezept da ist es gut dass man erst kleiner werden können wir das jetzt mal aufnehmen utarium und mikrowelle gibt das entscheidende so dass sie hängt da schon was bedeutet wissen gleich durch oder schauen wir mal die kugel läuft müssten wir eigentlich schaffen oder obwohl diese bude hier ein chaos ist naja wir haben es gleich geschafft das minuten 1050 1049 das sind punkte wahrscheinlich oder was haben 20 minuten bis jetzt gebraucht haben alle rezepte gefunden und alle zutaten ist ja schon mal was ne mikrowelle läuft super so und da läuft unser letzter chemischer prozess naja dann müsste man zutat nummer ne schlüssel nummer zwei war das glaube der da rauskommt dann haben wir es dann haben wir es super oder dann sind wir mal erfolgreich ja cooles ding denke ich mal size matters kann man ab und zu mal wieder zwischendurch spielen denke ich mal ist so ein casual game weiß nicht ob da noch was kommt aber letztens war da was das ein update gab vielleicht ja da waren diese ich glaube dieser raum ist dazu gekommen kann das sein was muss ich mit dem machen 1 4 6 8 1 4 6 8 gott ich komme noch nicht dran 1 4 6 8 9 1 muss man noch mehr machen ich fast vergessen aber kriegen auch noch hin dann haben wir noch 20 minuten also alles ist gut ne letztes mal war natürlich wirklich kurz ne 43 prozent gut ja zwischendurch spiel wie gesagt ich denke mal wir werden keinen vorschau mehr davon machen drei stück an der zahl sollte reichen das spiel ist ganz cool würde ich eine kaufempfehlung aussprechen und ja muss man mal gucken dass man dann halt schaut wie man so spielt ne also jeder muss dann sein schönes ding selber finden so und da genehmigt gegenmittelherstellerprojekt und ich werde wieder groß so da haben wir das resultat du hast überlebt statistiken für dieses abenteuer deine bleibende höhe waren 94 cm der zeit die du übrig hattest 23 minuten du hattest ein gegenmittel gemacht in 21 du hast so oft der rostung benutzt 12 mal ja haben wir es geschafft ne würde ich sagen nicht schlecht wie gesagt cooles spiel vielleicht mache ich es irgendwann mal zwischendurch mal wenn ich Lust habe aber so jetzt sind genug vorgestellt da da brauche ich jetzt nicht dieses hier nochmal wieder vorstellen ich glaube das haben wir mit drei mal auch gut gesehen was da machbar ist ich bedanke mich auf jeden fall recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine hohe habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an dann kriegt ihr mit welches nächste video hochlader gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten vorschau bis dann ciao